Nummer 4 Sooo Da wird das Graus und das Drogen Wir wissen hier So Hey wie sie glaube ich das kann erzählen meine sehr bis hin wo müssen wir jetzt hin hier warum denn ich es verspeichert wir sind wenn auch nicht greck kettstock ist Er ist nicht gut. Hör, ich mache alles, was ich für ihn kann. Ich weiß, dass es noch Zeit gibt. Aber die Wahrheit ist, seitdem du den Transistor von ihm nahm, hat er einfach nicht die gleiche gewesen. Wenn du ihn sehen, denke ich, du wirst es verstehen. Also, sie brauchen uns, um ihre Fehler zu verabschieden. So ein bisschen unlogisch. Aufstehen. Nicht jetzt. Hallo. Ich habe ihn nicht. Die Frau haben mehr Probleme gemacht. Oh nein. Aber wir schilden und lieben mit der Generation ist voll geil. Oh nein. Aber wir schilden und lieben mit der Generation ist voll geil. Was ist geil ist? Ne, wenn doch noch was ist. Hast du das den Schaden? Zählen, okay. So. Und weiter geht's. So ein bisschen. Aufstehen. Von genau. So weit. So weit. So weit. So weit. Beweilig. Wie auch so weit. Du hast die Leute. beltig-Kong-Kong-Kong-Kong-Kong-Kong bis in der Strecke er schießt er will doch nicht von mir wird dies ist jetzt vor so wie so wie ich heute bekommen e und sieben Paparazzi okay okay Null golololololololololololololololololololololololololololololo so Inspirador schon weg Oh mein, oh nein. Ist mir egal. Ja, auch geschützt. Oh nein, oh nein, oh nein. Nächste Tod. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nächste Tod. Dann möge ich die Papirazis. Nein. Na gut, das ist jetzt so. Warte, stopp. So, du bist so, mein Freund. Kann ich das so nicht mehr einsetzen? So. Ich bin auch die schwächsten Gegner, die es gibt im Spiel. Okay, das ist unsere Chance. Okay, das ist unsere Chance. Okay, das ist unsere Chance. Oh, weh. Hm, geh doch mal in die Hintertür. Zeit für eine große Gespräche mit Asher Graf. Ja, bereit. Nicht in dem Praxistext. Äh, 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 schön. Das war quasi Spaß. Äh. Äh, 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 lull. Das ist Round 1. Sieben, denn? Noch einer? Ja, ja. Bye-bye. Bye-bye. Aber diese Runde darf ich noch so kämpfen, denn... Lauf doch nicht immer weg. Was hast du denn? Eben, noch mal. Yeah! Was ist das? Das hier? Ja, das kann ich nicht. Bum, bum. Bum, bum. Voll geil eigentlich die Fähigkeit. Man nutzt sich eigentlich die nicht öffnen. Gut, gut. Gut, gut. Oh! Back in Business. Willst du dauer? Voll geil, ey. Jetzt fiegt der jetzt eigentlich voll geil, ey. Nein, das ist doch schnell. Äh... Die will ich... Nee, warte mal. Die und... Die mach ich raus. Dann mach ich... Die hier rein. Dann mach ich... Die hier rein. Und die hier dazu. Der wird ja noch. Niedetisch die Hunde. Die auf die Hunde. Das ist doch noch nicht. Perfugeben. Abonniere ich es nicht. Der. 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 ich kann sie ja nicht öfter einsetzen ist das problem wieder fälle wir beseitigt und auf den nächsten wieder gleich ich schnell was kann ich eigentlich drei ok wenn wir hier noch ok nächstes genau Ja, wenn wir nicht wollen, dann ist es der Wunder. Oh Gott, nein! aber eigentlich ist die fähigkeit die durch einmal gehalten nein 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 was macht er denn so ich kann nicht noch mehr schaden zu nein natürlich stimmt es ja nicht mehr ich könnte mich jetzt ein bisschen das ist noch ein doppelgegen nein Okay. Ja, endlich. Hey, jetzt bin ich hin zu mir oder sind wir gespielt für ein paar Runden? Ich hoffe doch nicht. Äh, oh nein, die sind komplett weg. Nooing. Äh, mag ich so. All right, all right. So. Nice. Genau, das zählt dann wieder nicht zweimal. Naja, dann halt. Das eine, die chillt weg, äh, chillt wieder. Ich muss mir die Dinge aufsuchen. Äh. Ich bin jetzt, ich bin jetzt erst mal tot. Also so gestorben. Oh, 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 oh. Na, ich hab keinen Bock mehr. Das ist auch schon genug eigentlich von der Folge. Dann bleibt es wieder immer ein bisschen länger. Gut. Dann würde ich sagen, was das mit dieser Folge ich in der Schritt zum Zugangspunkt, damit er es speichert. Ich würde mich freuen, wenn ihr aufs das nächste Mal wieder einschalten würdet. Zu Transistor. Und so den Zugangspunkt. Der sich hier in Droh befinden müsste. Ja gut, ich kann ihn dann auch noch suchen. Äh, wo bist du denn Zugangspunkt? Ja. Da ist er. Hier sind Zugangspunkt. Speichern. Und. Finde es gut. Äh, die Jugend war nah, da, 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 da. Ne, ähm. Hm. 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 Ich finde irgendwie den Angriff auch langweilig. Kann ich den eigentlich noch irgendwie hinzufügen hier? Drei. Drei. Ach. Was bringt denn das? Hm. Ach stimmt. Warte mal, ey. Das tue ich nochmal raus. Dann mache ich das hier rein. Mach, ey. Das hier rein. Und das wahrscheinlich auch noch. Ja. Mhm. Äh. Und. Ne. Ne. Oder? Ne. Ich warte bis das andere kommt. Gut. Dann habe ich gespart. War es das für heute schon mal. Ähm. Und würde sagen dann. Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.